Ja, Film. Kannst du mit meiner Kamera auch machen? Kannst du mit jeder? Ja, kann ich. Mit Starttief? Mit Weitfüßel? Nee. Das war ja nicht anders. Heute ist Sonntag, Ostersonntag, der 24. April. Inge ist mit 17 ins Bett gegangen und mit 27 aufgestanden. Inge, sag mal was. Aber Anja hat trotzdem erzählt, dass ich meine Kamera lange habe. Ja, ich kenne sie. Nee, 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 nee. Ich erzähle mal von dem Fogel und sie guckt sich von den Mann an. Ja. Ja.